Ja, und da zuppelt es wieder, und da zuppelt es wieder an allen Posen und an allen Ruten immer mal wieder was Kleines und was Großes dran hier. Gucken wir mal, ob wir den gehakt kriegen. Da wandert er doch schon wieder ein bisschen weg. Heute mal am Mosquito wieder zurück. Wird mal wieder Zeit für ein Mosquito. Schön mit der Pose, denn auch hier sollen ein paar Brocken gehen. Und das teste ich natürlich direkt. Ja, legen wir los hier. Ab, schon wieder daneben, ab am Mosquito. Schön entspannt hier auf alles, was geht eigentlich. Letzten Endes ist mir relativ wurscht, was reingeht. Ich habe jetzt hier gerade schon ein bisschen rumprobiert und hatte hier vorhin schon ein bisschen getestet. Hatte hier Karauschen, Kaulbarsch, Giebel und eine Schleie dran. Ja, und jetzt gerade nochmal hingegangen hier und nochmal wieder reingeschmissen und getestet. Ich wollte eigentlich schön noch die Nacht genau abpassen, aber ich habe sie irgendwie wieder verpasst. So geht's. Und deswegen teste ich das jetzt hier auch einfach mal am Tag. Und man sieht, es zuppelt auch an den verschiedenen Routen. Na, ist der noch dran? Es zuppelt an den verschiedenen Routen. Hier vorne auf der kleinsten. Ne, den habe ich wohl verscheucht. Auf der kleinsten habe ich hier eine Made einfach nur drauf. Einfach mal gucken, was hier geht. Hier nehme ich dann irgendwie, ich sage mal, so die kleinen Rotaugen und sowas alles mit. Und auch das kann man ja immer gerne auch im Café abgeben. Dann habe ich hier den Regenwurm drauf und auch hier, ah ne, oh, hier habe ich den Tauwurm drauf. Ne, den wollen wir ändern. Hier entweder den Regen- oder den Mistwurm. Wobei ich vom Mistwurm mittlerweile gar nicht mehr so viele habe. Aber der Mistwurm hat auch schon ganz gut geliefert. Der hat nämlich die fette Schleie gebracht. Und Schleien würde natürlich hier richtig gut reinballern. Also Kohlemäßig ist das ganz geil. XP-mäßig ganz gut. Also wenn es hier eine Möglichkeit gibt, Schleien zu ziehen. Alle so gerne auch im Kilo-Bereich. Dann ist das natürlich sehr belohnend. Da, das war schon jetzt eher so ein Hebebiss. Da ging die Pose nochmal deutlich höher. Zack, die kleine olle Karausche. Die Karauschen machen das auch manchmal. Sonst machen das ja häufig nur die Güster. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Hier warten wir aber richtig ab. Zieht, zieht, zieht. Soll ich, soll ich? Na, komm. Ja. Ah, guck mal da. Schon wieder. Guck mal, auch auf dem Made. Das ist aber nett. Dicke, fette Karausche auf Made nehme ich gerne mit. Oder hinten geht es auch wieder los. Beide anderen Routen auch. Ja, das ist endlich mal wieder eine Stelle mit ein bisschen Frequenz. Der Dumme hatte eben, opala, falsche Taste. Im Game hatte mich angeschrieben. Meine alten hier, die Posi, wo du auch ein Video zu hattest, lübt gerade. Er war da allerdings nachts unterwegs. Oh, nicht gehakt. Nachts unterwegs und war hier auf Kaulbarsch wohl sehr erfolgreich. Zack, und hat hier jede Menge Kaulbarsche gefangen. Auch super. Kaulbarsch, absolut lohnenswert. Hatte ich ja in einem der anderen Videos auch schon mal gesagt. Wenn man die Chance hat, irgendwo eine Stelle findet, auf jeden Fall den Kaulbarsch versuchen zu fangen. Ähm, einfach diese ganzen kleinen Fische, ne. Unverhältnismäßig gute XP. Wenn man überlegt, wie klein die sind, die fängt man halt ganz geil. So, und hier zuppelt es auch schon direkt wieder los. Auch hier wieder auf dem Mistwurm. Ich muss jetzt ein bisschen Kohle zusammensparen. Ich glaube, ich werde mir doch nochmal ein paar Mistwürmer gönnen. Aber ich bin halt, wie gesagt, fast, fast pleite. Ich habe so viel mit Futtermische und sowas alles jetzt gemacht. Und da ist natürlich jetzt gerade die Kohle knapp. Oh, der ist sogar gehakt. Eine olle Schläfergrundel, wa? Tatsache. 190 Gramm Schläfergrundel. Hehehe. Die schäbigen Viecher. Jo, aber in Gänze schon mal nicht so schlecht. Wie gesagt, auch vorhin ging das ganz gut. Vor einer Stunde habe ich es schon mal ein bisschen getestet. Und jetzt hier gerade ging das auch ganz gut. Und es lüpt auch richtig gut an. Ohne jetzt irgendwie Futtermische oder sowas reingeschmissen zu haben. Einfach nackt. Ähm, teste ich immer als erstes. Und wenn man dann sieht, okay, an der Stelle jetzt zum Beispiel mit den ganzen Karauschen könnte man zum Beispiel gut einfach eine Giebel- und Karauschenmische reinschmeißen. Wäre halt eine Möglichkeit, ne? Da ist auch schon die ganze Zeit wieder was dran. Dass man dadurch dann versucht, eben die Frequenz nochmal zu erhöhen. Alter, da war doch schon fast Trophy, oder? 386 Gramm. Ist die nicht bei 400 Trophy? Aber nach wie vor keine andere Möglichkeit, als auch die Stippen hier noch mitzuverwenden. Was sagt die Kohle? Knapp 100 Silber wieder nur. Einfach wieder zu viel Silber ausgegeben. Es muss so langsam, es muss so langsam reinrasseln. Ähm, wobei ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, in welche Richtung es weitergeht. Mit, ähm, mit den Posen, was ich mir als nächstes kaufe. Im Bereich von Level 20 dann halt, ne? 20, 22. Ähm, ich denke schon, dass es dann auch da eine Rolle geben wird, wie die, entweder die HSV oder die, ähm, die Alpha. HSV 8000, Alpha 8000. Also eins von beiden wird es auf jeden Fall geben. Und, ähm, die dazu passende Route, die suche ich mir auf jeden Fall dann noch aus. Da bin ich mir noch nicht sicher, habe ich auch noch nicht genau reingeschaut. Und, äh, vielleicht, je nachdem, wie weit die Skill-Punkte sind, vielleicht geht es dann ja auch schon in Richtung Match. Ob ich so weit komme bis dahin? Müssten wir gleich mal reingucken. Wäre natürlich der Hammer, ne? Ja, Posenfischen 40%, Matchroute liegt bei 60%. Ich würde sagen, durchaus möglich. Durchaus möglich, dass wir dann im Bereich von Level 20 vielleicht schon direkt auf die Matchrouten gehen. Dann wird es halt ne, ne kleinere oder ich sag mal so ne Mittelklasse Matchroute. Genau. Ja, wie gesagt, bunt, sehr gut. Kaulbarsch, nachts oder in den Abendstunden geht auch mit rein. Das ist halt richtig wichtig. Ähm, gute Stelle. Ich denke mal auch mit Sicherheit auf Grund, dass man hier richtig schön Frequenz hat. Und, ähm, appala, jetzt nehmen wir den schnell. Auch nicht gehakt. Und von den Haken selbst, ja, ich bin hier mit relativ kleinen eigentlich auch unterwegs. Zwölfer Haken. Ich habe mittlerweile ja ein ganz vernünftiges, ähm, Set an verschiedensten Hakengrößen dabei. Einser Haken, Vierer, Sechser natürlich, ähm, bis zu den 18ern runter. Also das funzt ganz gut. Ähm, Naturköder hatte ich auch schon, glaube ich, mal gezeigt. Jetzt hier ein paar Tauwürmer auch noch gegönnt. Ähm, verschiedenste, äh, fleischige Köder. Dann hier die ganzen organischen Köder sind, ähm, ja, ich glaube auch so die wichtigsten mit dabei. Wie gesagt, selbst hergestellt natürlich hier, äh, Weißbrot, Perlengraupe, Haferbrei schon mal. Und, ähm, ja, damit geht das wirklich ganz gut. Ich werde auch hier, gerade auch für die Karauschen, das könnte ich eigentlich gleich hier mal eben testen. Dann spare ich mir noch ein paar, dann spare ich mir noch ein paar Mistwürmer für die Nacht. Ich hau mal den Haferbrei rein. Nehme hier einen, ähm, ich nehme mal einen Viererhaken. Wirklich einen dicken, fetten Haken. Und klatsch dann da den Haferbrei drauf. Bin hier auf 90 Zentimeter Tiefe die ganze Zeit. 90 Zentimeter tief. Ähm, ich weiß noch vor Monaten, als wir das Team Spot suchen gemacht haben, auch hier am Mosquito, da funktionierte Haferbrei sehr gut auf die Karauschen. Und das wäre doch der Hammer, wenn das jetzt nochmal wieder geht, auch hier auf der Pose. Das würde ich doch sofort mitnehmen. Ja, der Wind kommt aus Nord, das heißt, die, die Posen ziehen halt so ein bisschen raus. Was haben wir da, ein Kauli? Tatsache, ein Kaulbarsch auf Made auch. Auch schon mal gut zu wissen. Wenn wir dann die, wenn wir dann die Mistwürmer ausgehen, schmeiße ich einfach, oha, schmeiße ich einfach die Made rein in der Nacht. Die sind auch so übelst teuer, ne? Man kann halt häufig nur die, ähm, die großen 300er Pakete von den, von den Mistwürmern kaufen. Weil die anderen halt häufig schon ausverkauft sind. Und dann ist man da, ich weiß gar nicht wie viel, 300 auch los. Also schon eine ordentliche Summe. So, gucken wir mal, ob jetzt hier auf dem Viererhaken und Haferbrei, ob da ein Dicker noch reingeht. Zuppelt schon mal lange rum, ist eher vom Verhalten schon fast wie ein, wie ein Rotauge. Das lange, unentschiedene Rumgezuppel. Aber bisher muss ich sagen, ich bin übelst zufrieden schon. Ist wirklich eine, jetzt wär's gewesen, ist wirklich eine, eine Stelle, die man, ähm, gut verwenden kann wieder. Ich weiß noch, ähm, mit den anderen Accounts, mit dem kleinen, mit dem Grundaccount zum Beispiel, hab ich da hinten vor das Schilf, äh, quasi vor diese Bank hier vorne, äh, direkt davor geworfen, an die Spitze. Ähm, jetzt einfach hier gar nicht so weit rausgeworfen. Einfach um zu versuchen, dass man es eben hier auch mit den, Alter, schon wieder, mit den Stippen auch gut funktioniert, dass ich die auch mitverwenden kann gleichzeitig. Das ist halt wichtig, um einfach eine höhere Frequenz hinzukriegen. So, jetzt, nächster Versuch. Dritter Versuch. Einmal war er ja schon unten. Wenn er jetzt runterzieht, der Fisch, dann mit Shift, linke Maustaste, Einholgeschwindigkeit 50, schnell einkurbeln. Ich hoffe, er bleibt noch dran, äh. Komm, zieh ab jetzt nochmal. Gönne den Haferklumpen. Ei, 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 siehst du jetzt auf den anderen wieder. Und nicht gehakt, ne? Oh, 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 komm, schnell raus damit. Schnell wieder zurück. Das Schöne halt auch hier wieder, ne, bei der Bollo. Mit der Rolle. Einfach aufheben, runter, rauf, runter, egal. Da ist keine Zuppelei, weil solange der Bügel offen ist, kann man hier einfach auf entspannt die Rute rauf und runter nehmen. Zack, hier ist der nächste wieder dran. Ohne Scheiß, ne? Die kleine hier, die kleine Ersatzrute, die macht wirklich, also wirklich stramme Leistung, Alter. Funktioniert immer wieder gut, hakt immer wieder richtig gut. Guck mal hier, ist schon, sogar schon wieder am Zuppeln. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte ich schon mal anschlagen können. Wahrscheinlich hätte ich schon anschlagen können. Einfach zu lange rumgehampelt wahrscheinlich damit. Das ist das einfach, ne? Das Posenangeln. Aber so ist das. Ist ja beim Grundangeln auch nicht anders. Da bimmelt es dann halt bloß die ganze Zeit. Und hier ist es halt die ganze Zeit einmal rumzuppeln. Macht eigentlich nicht den Riesenunterschied. Ja, so, ich würde sagen, ich ziehe hier noch ein bisschen was raus. Im Großen und Ganzen ist der Spot aber so, wie er ist, schon mal top. Wir können ja noch mal eben kurz ins Café reinschauen, wie da die Aufträge sind. Aber normal, zack. Joa, guck mal hier. Fünf Stück davon, die kriegen wir doch zusammen. Dann sammle ich aber noch ein paar unmaßige. Dauert auch noch lang genug. Schläfergrundeln. Da kriege ich vielleicht auch noch ein paar unmaßige zusammen. Warten wir einfach noch die Nacht ab. Also ich werde noch hier ein bisschen durchziehen. Eine fette Schleie ist drin. Das wäre natürlich ein Träumchen. Glaube ich allerdings nicht dran. Aber ich meine so eine Kiloschleie. Vielleicht kommt die auch noch mit rein. Oder so 800 Gramm Schleie. Vielleicht ist da auch ein Kaffeeauftrag mit drin. Also bisher scheint es ganz gut zu klappen. Die paar Fishies jetzt 29 Silber. Mit den Kaffeeaufträgen wird es auf jeden Fall mehr. Deutlich mehr. Deswegen auf jeden Fall erstmal noch die Kaffeeaufträge machen. Noch ein bisschen weiter durchziehen. Ich würde sagen Petri in Lümmels zieht raus die Brocken. Kurzer Zwischenstand hier zum Posen-Account. Auch mit dem machen wir natürlich in den nächsten Tagen auch wieder im Livestream weiter. Zack, guck mal, jetzt ist er dran hier. Das war auch im Livestream mal gucken, wie es da mit dem Posenangeln weitergeht. Und wo es dann erfolgreich oder wo wir dann erfolgreich ein paar Stellen finden, können wir dann ja gemeinsam suchen. Montags, Mittwochs und Freitags auf Twitch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Petri. Versperformance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.